Hi, ich bin der Max aus der Filiale Garmisch. Ich gebe euch eine kleine Empfehlung zu Skiturnsets für Damen. In meiner Hand der K2 Toppack 88 in der Dynafit Rotation 10. Supersichere Bindung mit sehr, sehr genialem Handling. Schön abgestimmter Ski für Gelände wie auch Piste. Macht einfach Spaß. Gut, das andere Modell, das wir noch mit anbieten, ist ein Fischer Transhalb 88, auch mit einem Colafell und einer Dynafit Radical ST, eher die leichtere Bindung, ein bisschen aufs Gewicht geachtet. Trotzdem schön abgestimmter Schien, mit dem man auch im Gelände, auf der Piste und im Ausstieg Spaß hat.